Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankriegung. Morgen Abend geht es weiter mit Resident Evil 4 und zwar ab 20 Uhr auf Twitch. Und ja, mehr gibt es eigentlich an der Stelle auch schon gar nicht zu sagen, außer euch jetzt ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns morgen Abend. Macht's gut, bis dahin. Servus.